Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Foundation. So, wir sind noch dabei, jetzt gerade hier das Lagerhaus zu errichten. Das Holz, dafür haben wir bereits. Ähm, die Steine hat der Bauherr schon hingebracht. Und ich dachte mir, das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn das so ein bisschen im Wasser steht und so. Wir gucken mal, wie das fertig aussieht. Mal kurz den Markt nochmal editieren. Hier noch so einen Zaun hinsetzen. Damit hier nicht zu viel rumgelaufen wird. Irgendwann sieht es nämlich dann, ähm, komisch aus. Aber die Arbeiterschaft freut sich darüber. Und das freut mich am meisten. Weil die Wege, die existieren, sollen auch existent bleiben. Genau, den Kauf werden wir nämlich jetzt erlauben. Und zwar den Kauf von Werkzeug. Wir haben nicht so viel Werkzeug. Noch können wir selber kein Werkzeug herstellen. Wenn wir es dann können, ist das natürlich super. So, wir werden aber jetzt einen Landstrich kaufen. Oh, der kostet nur 10. Äh, der ist ja kostenlos. Ha. Und den nächsten können wir für 25 kaufen. Aber das wäre noch Blödsinn. So, und hier können wir dann zum Beispiel die Häuser hinsetzen. Hier schön wassernah oder so. Wenn wir das hier abgeerntet haben. Ich weiß es noch nicht. Zwei neue Dorfbewohner. Unfassbar. Schon wieder. Sehr gut. Die brauchen ja so ein bisschen, bis sie bei uns sind. Unser Territorium sieht übrigens von oben grandios aus. Also wir haben endlich, ähm. Jetzt habe ich gerade so einen dezenten Bug. Oh mein Gott, sind wir nah dran. Gut. Das Lager steht. Das heißt, sie muss kein Holz mehr produzieren, bitte. So. Nun möchte ich da einmal Werkzeuge haben. Achso, klar können wir machen. Ist kein Problem, oder? Dem Volk helfen. Ja, hört sich gut an. 30 Mal Nahrung müssen wir liefern. Und jetzt müssen wir hier drauf. Handelswaren. Nicht Bretter, sondern Werkzeuge. Kaufen bis zum Wert. 10. So, wir sollen 30 Bären liefern. Und wir müssen die Ware hier lagern. Genau. Einmal annehmen die Ware, bitte. Und da wir neue Leute haben, können wir jetzt den, einen neuen hinzufügen, so gesehen, der da mitmacht. Dann können Leute noch Steine sammeln. Und einer noch Holz. Jeder beschäftigt. Keiner steht doof rum. So muss das sein. Ach, wir können schon. Tschüss. Perfekt. Die Arbeiterschaft freut sich. Und ist damit wahrscheinlich direkt fleißiger oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das so abläuft. Aber normalerweise ja. So, dann benötigen wir einen Brunnen. Den möchte ich vielleicht hier hin haben. Da passt er nämlich ganz gut optisch. So. Der braucht Holz und Stein. Das ist nicht das Problem. Der Kollege ist ja schon dran. Das geht ja schneller, als man gucken kann. Wir können auch hier zwei Häuser hin machen. Unser Werkzeug wurde eingelagert. Das ist gut. Wir kaufen aber jetzt Ware bis zu dem Füllstand 20, dass wir immer 20 Werkzeuge parat haben. Und vielleicht funktioniert der Handel jetzt auch, dadurch, dass wir das so eingerichtet haben. So, und da ist auch schon unser Brunnen gleich fertig. Das nimmt Gestalt an. Es sieht auch viel ordentlicher und sortierter aus. Was mir nicht gefällt, ist das Lager, was so ein bisschen in der Schwebe steht. Unsere Ware sitzt ein bisschen im Wasser. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. So. Neue Zone. Wohngebiet ist auswählbar. Sechs neue Gebäude sind freigeschaltet. Eure Dorfbewohner haben einen neuen Status erreicht. Leib eigener. Und der König sieht uns als Siedlung an. Sehr gut. Das freut mich wirklich, tatsächlich. So, jetzt möchte ich natürlich Wohngebiete errichten. Jetzt lasst mich mal schauen. So, das Gebiet muss nicht mehr abgeholzt werden. Von daher können da eigentlich Wohngebiete entstehen. Dann machen wir die hier hin. So. Ich denke mal, so ist das okay. Ich hoffe es. Dann kaufen wir das Fleckchen hier noch. Können wir das kaufen? Ja, ne? Ja, das können wir locker kaufen. Mehr können wir nicht. Wir haben nicht genug Gold. Hatsch erledigt. Die Pracht eures Dorfes hat eine neue Stufe an Freischaltungsmöglichkeiten entsperrt. Okay. Coole Sache. Aufforsten können wir machen. Das heißt, wir können da auch wieder Holz entstehen lassen. Was natürlich mega geil ist. Und wir können ein neues Gebäude bauen. Das Forsthaus. Interessant. Interessant. Gut. Zwei neue Dorfbewohner kommen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit den Leuten. Wir haben fleißige Sammler. Wir haben fleißige im Steinbruch. Wir haben, glaube ich, mittlerweile drei Holzfäller. Tatsächlich. Einen Packer können wir noch gebrauchen. 20 Werkzeuge sind tatsächlich angekommen, was ich sehr gut finde. Unser Verkauf funktioniert auch super. Dadurch natürlich... Es funktioniert natürlich nur aus einem Grund super. Weil die Waren auch gekauft werden. Das muss man sich auch durch den Kopf gehen lassen. Weil wir hatten vorher nur acht Bewohner. Wir haben mittlerweile zwölf. Jetzt sind es gleich 14. Muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Das Stück hier bräuchten wir wirklich noch. Vielleicht haben wir ein Häuschen fertig. Das macht gerade der Willi bald. Der Jute. Zack. Wohnhaus ist fertiggestellt. Jetzt warte ich gerade noch auf die neuen Bewohner. Da oben kommen sie angetrödelt. Zack. Wo ist er? Ach, da sind sie, glaube ich, schon bei, ne? Ne. Nicht neu. Nicht neu. Der Steinhauer. Sind die neuen denn schon da? Ich glaube, die sind immer noch nicht da. Nein. Ne. Sind noch nicht da. Schade. Ich dachte gerade, wären die schon, aber... Natürlich nicht, ne? Wir können hier eigentlich noch ein Wohngebiet entstehen lassen. Hier ist ja jetzt Platz ohne Ende. Wäre eine Überlegung zumindest. Also hier. Hier so. Das wäre noch ne Überlegung wert. Zack, zack, zack. Na, endlich. Jetzt bauen die Leute auch ihre Häuser. Irgendwann muss das ja passieren. Ah, da kommen auch die neuen Leute. Sehr gut. Darauf habe ich gewartet. So, das heißt, ihr könnt jetzt noch einer als Träger bitte arbeiten. Und der andere als Bauarbeiter. Bei Bauarbeiter haben wir eigentlich viel zu wenige. Einem Bewohner fehlt es am Platz. Na, das ändert sich jetzt. Gleich. Immer mit der Ruhe. Erstmal hier bauen lassen. Bauen, bauen, bauen. Sehr gut. Funktioniert doch. Ich hatte schon die Befürchtung, dass es nicht funktioniert, aber es funktioniert bis jetzt. Die Leute kaufen sich bescheuert. Und es gibt einen richtig optisch, eine richtig schöne Stadt. Zack, Wohnhaus ist fertig. Hier entsteht das nächste Wohnhaus. Gut. Willy Brandt kümmert sich jetzt persönlich darum. Wir haben jede Menge Nahrung. Wir haben jede Menge Werkzeuge auf Vorrat. Eigentlich sind alle fleißig, muss ich zugeben. Eigentlich ist es auch wiederum ganz schön gruselig, dass alle so fleißig sind. Wir haben einen hohen Umsatz. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach in den Haushalt und wir verdienen. Sehr gut. Letzte Woche haben wir 51 verdient. Endlich müssen wir jetzt nochmal verdienen, damit sich das Ganze auch lohnt. Drei Dorfbewohner, fehlt es an Platz? Dann müssen die Dorfbewohner einfach mal ein bisschen warten lernen. Danach gibt es den Platz natürlich auch. Denke ich mal. Die Leute können essen, die Leute können trinken. Es kommen zwei weitere Dorfbewohner. Wir müssen warten, bis wir 500 Gold eingenommen haben. Dann kann ich mich darum kümmern, dass wir hier das Landstück kaufen und hier Gebäude hinbauen können. Weil ich schon überlegt habe, einfach hier eine Wohnfläche zu machen. Wobei da auch wieder Abbaufläche entsteht. Ist noch tricky gerade. Bin mir da noch nicht so sicher, wie ich das machen möchte. Wofür gibt es denn noch? Es gibt noch... Lebensmittel. Dann gibt es einen Wagenstand. Was kann man denn am Wagenstand verkaufen? Das ist noch so die Frage der Fragen, ne? So, noch 10 Gold und dann können wir endlich das Stück hier unten erwerben und dann können die Leute wahrscheinlich auch ihre restlichen Häuser bauen. Hoffe ich zumindestens dann. Huch, das ist das alles, der Trader. Der kam übrigens nicht bei uns an. Und dadurch konnten wir natürlich auch nie was kaufen. Von dem Trader. So, 500 Gold erreicht. Perfekt. Heißt, wir werden jetzt das Territorium kaufen. Den Landstrich. Zack. Und können jetzt hier ein Wohngebiet ein bisschen erweitern. Perfekt. Zack, 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 zack. Das geht hier ratzi-fatzi mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, wechselt die ganze Zeit die Klamotten. Nein, tatsächlich nicht. Es stehen einfach zwei Leute da drin. Zack, Wohnhaus fertiggestellt. So stelle ich mir aber eine Siedlung vor, ne? Ah, hier unten am Meer direkt. Also am Fluss. Auch sehr schön. Schönes Wohnhaus. So, ich betreibe jetzt noch zwei Leute im Sägewerk. Warum ich das mache? Ganz einfach. Wir müssen ein bisschen, ähm, Bretter auf Vorrat haben einfach. Ich weiß nicht, ob wir auf dem Handelsweg vielleicht, ähm, Bretter verkaufen können. Und ob unser Handelspartner das überhaupt annimmt. Äh, er verkauft Brot für 10 Gold. Wir brauchen 20 Brot. Dann können wir mit Northbury auch Handel betreiben. Er verkauft zum Beispiel Kohle, Eisen und, ähm, Glas unter anderem. Hm. Ich hätte gern Brot, würde ich sagen, oder? Ah, ne, komm. Nix. Nada. Leer. Kann ich da nicht leer einstellen, oder so? Wir lassen einfach Brot da drin, so. Wasser und Haus. Die Grundbedürfnisse steigen. Mittlerweile. Ah, da kommt ein neues Haus. Super. Zwei. Wow. Was ist das? Dichte zwei. Zack, passen da vier Leute rein, oder was? Äh, mein Lord. Wir müssen wählen, wenn wir helfen wollen. Äh, natürlich helfe ich wieder mal dem Volk. Logischerweise helfe ich dem Volk. Dem Volk muss es gut gehen. Wenn es dem Volk gut geht, geht es uns auch gut, würde ich sagen. Also, die Wohnhäuser entwickeln sich tatsächlich prächtig. Das muss ich sagen. Das sieht auch schöner aus hier, die Ecke. Das heißt, wir können ja schon mal hier Dekorationen, können wir, ähm, Ziersträucher platzieren. So ein paar. Sieht auch schön aus. Im Garten der manchen. Hey, super, es funktioniert. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, hier in unserer wunderbar funktionierenden Stadt. Bis dahin bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssi, Kopski, macht's gut. Ciao. Ciao.